Hallo liebe Modellautofreunde, ich wollte die Gelegenheit nutzen und euch noch frohe Weihnachten wünschen. Ich hoffe ihr feiert schön und bekommt natürlich sehr viele Modellautos, aber das ist ja nicht das Wichtigste. In dem Sinne, frohe Weihnachten, macht's gut und wir sehen uns beim nächsten Video wieder. Ciao! Vielen Dank!